Mallorca Und die Sonne brennt heiß Und die Sonne brennt heiß Seit mehr als drei Wochen leben unsere Jungs ohne Eltern auf Mallorca. Nur noch fünf Tage bleiben der WG und die wollen sie möglichst gut nutzen. Johannes hat als einziger die Nacht auf der Dachterrasse verbracht. Was ist denn auf Johannes weg? Ich wollte ja die Gitarre mit. Ja, Johannes ist so ein richtiger Morgenmuffel und deshalb muss man sich schon was einverlassen, dass man ihn ruhig weckt und so, dass er auch positiv in den Tag startet. Ausgehen, 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 ausgehen. Ist er wach? Beim Wecken dachte ich am Anfang, ich hab mal Stimmen gehört, ey Jungs, verpisst, ey, einfach. Dann bei der Gitarre, ich fand's irgendwie, ja, nette Aktion. Bist du wach genug, Johannes? Nachher bin ich, bin ich, aber... Schiffst du jetzt auf? Eine schöne Weckaktion. Ich versuch's. Das sollte Rührei machen und nicht Kornflakes, ey, jetzt beginnt die letzte Woche und nochmal richtig frühstücken, denke ich. Aber scheiß, so unser Eis. Danny und Alex haben gestern eigenes Eis aus Früchten und Milch gemacht. Anschließend hatten sie die Eiscreme im Kühlschrank kaltgestellt und dann vergessen. Das sieht doch richtig gut aus. Schmecken tut's wirklich gut. Boah, das finde ich geil. Dann müssen wir das jetzt irgendwann essen. Wir haben das richtig gut gemacht. Habt ihr wirklich gut gemacht, ja. Man muss ja zum Frühstück schon etwas Nachtisch essen, ich weiß nicht. Das können wir machen. Aber was ist auch eigentlich... Wenn wir anstatt Ruhe eiflich Pfannkuchen warten mit. Das wär gar nicht schön, das Eis da drauf. Das wär total geil. Ich hätte auch Bock auf Fischstäbchen. Ja, zum Frühstück. Gibt's Nogo, was das Frühstück angeht? Nogo ist, glaube ich, irgendwie so für mich Kartoffeln mit einem Stück Fleisch. Kartoffeln hast du sowieso. Wie gut nur, dass es heute Pfannkuchen gibt. Auch die richtige Wendetechnik will gelernt sein. Soll ich dir das kurz zeigen? Ja, zeig mir mal. So, warte. Warte, warte, warte. Das ist jetzt so. Ja. Und dann musst du ganz schnell schwimmen nach vorne. Ich fliege dir so rum, da musst du nur noch fahren. Also, welches klappst du zwecklich? Ich mach's mal. Super! Klasse! Klasse! Das ist dick, kriegst du auch schon hin. Benni, ich will das auch mal versuchen. Ich mach gleich noch einen. Jetzt hab mich der Ehrgeiz gepackt. Hey! Ah! Nein! Jetzt hast du es danach zu hektisch gemacht. Danach zu hektisch. Das ist eigentlich ganz leicht. Man muss bloß den Dreh raus haben und nach drei, vier zerfallenden Eierkuchen klappt's dann irgendwie. Die Mühe hat sich gelohnt. Statt Cornflakes und Rührei gibt es heute mal was anderes Leckeres zum Frühstück. Guten Appetit! Guten Appetit! Danke, dass ihr die gemacht habt. Das ist lecker. Schau's! Schmeckt auch so. Boah, ist das lecker. Also mit einem leckeren Frühstück im Magen ist man immer besser gelaunt, weil man das Frühstück genau genießen konnte. Diese Kombination von Pfannkuchen und Eis, das war so der Hammer. Das schmeckt so brutal geil. Das war das geilste Frühstück. Das Rührei, alles, alles überboten. Wie jede Woche gibt es Haushaltsgeld. Die Jungs bekommen 500 Euro. Das Geld muss für die ganze Woche und alle Ausgaben reichen. Jungs, ihr kriegt von mir noch alle 20 Euro. Haben wir so viel gespart? Sehr geil. Geil. Danny, der ist unser Monopoly-Männchen. Der hat die Haushaltskasse sehr gut verwaltet, hat alles in den Blick gehabt. Und jetzt haben wir jetzt einfach noch Geld über. Ja, also die Geldeinteilung haben wir dieses Mal wieder gleich gelassen, wie die letzten drei Wochen, weil es einfach total gut gelaufen ist. Wir geben 50 Euro für meinen eigenen Bedarf und 52 Euro behalten wir für die Haushaltskasse. Liebe Jungs, wie geht ihr? Hier euer wöchentliches Geld. Zusätzlich bekommt ihr ein ganz besonderes Geschenk, damit ihr das Leben der Mallorquiner kennenlernen könnt. Dürft ihr morgen mit Fischer Toni und seinem Neffen zum Fischen fahren. Um 7 Uhr geht's los. Viel Spaß dabei. Wow, die Geisterste. Fischer Toni und sein Neffen. Aber um 7 Uhr geht's los. Das heißt, um 6 Uhr aufstehen, um 6.30 Uhr. Oh, fuck. Ja, man, hat früh, ich spiel ins Bett. Meinst du, wir müssen da auch Fische zerlegen oder so? Ja, so viele Tiere bestimmt. Ein bisschen Augen raus. Du schneidest noch nicht die Augen raus. Also erst trennst du die Kiemen durch, damit sie nicht mehr atmet, schneidest du den Kopf ab, dann holst du die ganzen in den Reihen raus. Danke, danke. Das ist ungefähr so wie die Erdbeeren. Ja, danke. Guten Appetit dabei. Genaueres werden die Jungs wohl morgen früh auf dem Fischerboot erfahren. Statt aufs Wasser wollen die Jungs jetzt erst mal unter Wasser, in einem Schnupperkurs fürs Tauchen. Hallo, Ralf. Danny. Jonas. Und Johnny. Alex. Johannes. Kann man da wahrscheinlich sowieso nicht merken, aber es ist eine ganze Stunde. Ja, ihr wollt tauchen? Ja. Gerne. So, dann kommt mal mit. Wer hat von euch denn schon mal getaucht? Keiner. Noch keiner. Wer hat dir schon mal geschnorchelt? Hat er schon mal geschnorchelt? Also, auch noch nicht? Nee. Und dann erklären wir euch alles und das wird eure Tauchlehrerin machen. Jeder der Jungs bekommt eine eigene Tauchlehrerin zugeteilt, die auch für das passende Tauchoutfit sorgt. Mit oder ohne Badehose? Mit Badehose. Jetzt zieht die nicht mehr aus. Mit der Badehose unten drunter ist das dann nicht so. Soll es hier wirklich stramm sitzen im Schritt? Den Hosenteils anzuhaben ist nicht so bequem, weil ich die Badehose drunter habe. Es zwickt ein wenig im Schritt. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Pinguin. Yo, guck mal, ich habe Happy Feet. Schlossen laufen zu müssen ist echt komisch. Du kannst gar nicht normal gehen, sondern es ist irgendwie ganz komisch. Wirklich watschen. Jetzt müssen die Jungs noch lernen, wie man die Tauchausrüstung richtig benutzt. Das ist dein Hauptatmenregel. Aus dem atmest du ein und aus. Ja. Okay. Wie fühlt sich das an? Schwer. Okay, das ist noch gar nicht schwer, weil da noch kein Blei drin ist. Das Equipment für den Tauchgang war echt mega schwer. Das könnte man fast gar nicht tragen. Man hatte 12 Kilo auf dem Rücken und dann noch 16 Kilo vorne. Wir haben jetzt hier ein paar Masken für euch. Die müsst ihr jetzt mal testen, ob die passen. Einziehen. Durch die Nase. Geht doch. Hast du gehört? Passt. Was, wenn die Scheibe von innen beschlägt? Die beschlägt nicht. Wir spucken da nämlich nachher rein. Ich möchte nicht darüber nachdenken, bevor er die Maske schon hat und da reingespuckt hat. Die meisten Körperflüssigkeiten sind jetzt nicht so lecker. Und rotze halt auch nicht. Aber es wird ja danach wieder ausgewaschen. Du musst dir damit ja auch nicht das Gesicht einreiben. Tauchlehrer Ralf gibt noch die letzten Hinweise, wie man sich als Taucher unter Wasser verhält. Alles, was da unten liegt, bleibt da. Tiere fassen wir nicht an. Genauso das Riff. Wir packen da nirgendwo ran, halten uns irgendwo fest oder so. Da sind versteckt manchmal Segel drin. Diese Riffkanten sind sehr scharf. Ihr könnt euch die Finger aufschneiden. Also, nichts anfassen. Schwebt einfach. Genießt den Tauchgang. Wenn die Mädels euch fragen, okay, dann gebt ihr auch das Zeichen, okay. Immer antworten. Das ist ein Fragezeichen und das ist auch ein Antwortzeichen. Das ist das wichtigste Zeichen beim Tauchen, okay. Okay? Was? Nur noch schnell den Neoprenanzug anziehen. Schnell? So einfach ist das gar nicht. Den Neoprenanzug anzuziehen, das war total schwer, weil der so wirklich auch total hauteng ist. Das war wie so eine zweite dicke Walfischhaut. Also, war schon ein bisschen eigenartig. Hätte mir jemand eine Harpune in den Rücken geschossen, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt. Dann kann's endlich losgehen. Die Jungs und die Tauchlehrer besteigen das Boot. Wir haben so ein Auslauflied. Das ist immer unser Ritual. Das machen wir immer, wenn wir auslaufen und einlaufen in den Hafen. Dann machen wir das an, damit die auch uns bemerken, wenn wir hier rein und raus kommen. Und das, das geht so. Die Musik war am Anfang ja sehr ruhig. Und dann plötzlich macht er das, hey. Und dann ging die Musik wirklich ab. Und das war schon extrem lustig, wie er dann da an seinem Lenkrad abgegangen ist. Da hat man sich schon so ein bisschen erschreckt, wie er so die ganze Zeit so... Weil man ihn dann Anfang gar nicht so eingeschätzt hat. Aber Walf macht richtig Stimmung und das ist ein ziemlich lustiger Kerl. In einer kleinen Bucht geht das Boot vor Anker. Hier werden unsere fünf zum ersten Mal unter Wasser gehen. Die Tauchlehrerinnen verlassen das Boot zuerst. Jetzt nimmt eure Maske und spuckt da mal kräftig rein. Du musst sie nachher aufhaben. Wenn ihr keine Spucke habt, sagt ihr mir Bescheid. Dann mache ich das. Wascht das mit Wasser aus. Nehmt euch ein bisschen Wasser mit. Bleibt in der Maske und macht euer Gesicht nass. Ich freue mich jetzt total ins Wasser zu gehen. Ich schwitze jetzt wie Sauber, als es richtig heiß ist. Ich bin gespannt, was uns da unten erwartet. Ja, also vor dem ersten Hauchgang ist jetzt so ein bisschen... Römeriges Gefühl und ganz komisch, weil ich kann mich fast jetzt drittelbein dran gewöhnen. Nur noch durch den Mund zu atmen und kann losgehen. Regeln in den Mund festhalten. Die Maske auf und Beine überkreuzt. So, jetzt haben wir da hinten fallen lassen. Los! Los! Rückwärts vom Boot sich reinfallen zu lassen, ist ein richtiger Taucher. Das ist ein geiles Gefühl. Man hat so einfach so einen Ruck. Dann kommt so ein kurzer Antrimalienstoß und dann bist du plötzlich im Wasser. Und dann war das erste Gefühl, im Wasser zu sein, war Erleichterung. Weil man hat halt irgendwie nicht mehr das ganze Gesicht aufzusitzen. Und man trieb schon oben. Und es war schon super cool. Man wollte jetzt eigentlich nur noch tauchen. Und dann geht es auch ganz langsam nach unten. Jeder der Jungs hat immer eine Tauchlehrerin in seiner Nähe, damit nichts passieren kann. Erste Gefühl, im Wasser zu sein, war, mein Gott, ich spüre diese Sachen alle gar nicht mehr. Zuerst habe ich auf meinen Rücken geguckt, ob ich die Flasche auch wirklich noch drauf habe. Ich hätte gedacht, dass das Atmen unter Wasser viel schwerer ist. Aber man atmet halt einfach ganz normal durch den Mund. Und es ist eigentlich total leicht. Nur es ist irgendwie komisch, dass dann die ganzen Blubberblasen dann, wenn man ausatmet, an einem vorbeigehen. Du gehst da runter und nach einem Moment vergisst du, dass oben noch eine andere Welt ist. Man geht wirklich vor der Realität auf Tauchstation. Wenn du unter Wasser bist, dann hast du so einen richtig smoothen Schwebezustand, der ist echt traumhaft. Du musst nur zweimal mit den Füßen bewegen und bist gleich, du bewegst dich gleich drei, vier Meter total weit. Du kannst in die Höhe, Tiefe, rechts, links, in die Weite, nach hinten einfach schwimmen. Und dann noch dieser wahnsinnige Ausblick, die Sachen, die man noch nie vorher so gesehen hat. Überall waren ohne Ende Fische und man konnte durch die Fischwärme durchschwimmen. Tausende von Seegeln, ganz viele Seesterne, Feuerrot, Orange. Drei Meter über dir ist das Wasser, schaust nach unten, da ist die Krasmus, Fische schwimmen dich herum. Du machst einfach nichts. Das ist richtig geil. Die Jungs probieren neugierig aus, was unter Wasser möglich ist. Oder eben auch nicht. Natürlich nur da, wo sie keinen Schaden anrichten können. Als sie da so saßen, haben wir uns den Stein genommen und dann haben wir versucht, den zu werfen. Und du wirfst ihn wirklich mit aller Kraft da im Wasser. Und deine Hand wird natürlich drückt er langsam und dann wirfst ihn und der Stein. Dann bin ich halt mit Tobi, dem Tauchlehrer, haben wir uns halt ins Seegras gelegt, haben die ganze Zeit nur Faxen gemacht. Wir haben halt den Sauerstoffloch rausgenommen, irgendwelche Fratzen gezogen, wieder reingetan. Wir haben uns ein rostiges Messer in den Mund gesteckt und es hat noch Pirat gemacht. Nach knapp einer Stunde geht die Luft in den Flaschen zu Ende und die Jungs müssen wieder auftauchen. Voll geil, Mann. Das war so spaßig. Das ist geil. Also es war richtig geil, weil es ist einfach so ein schönes Feeling, einfach so durch das Meer zu schweben sozusagen und alles sich angucken zu können. Einfach frei atmen zu können, dass man gar nicht gemerkt hat, dass man unter Wasser war. Schon gleich als es runterging, wo man sich das erste Mal umgeguckt hat, war gleich so, boah, sieht das hier geil aus. Das war so unglaublich cool da unten. Also eigentlich bisher die coolste Aktion. Zurück in der Villa haben Johannes und Alex immer noch nicht genug Sportprogramm für heute. Sie machen eine kleine Fahrradtour über die Insel. Im Garten überlegen die anderen, was mit dem leeren Gehege passieren soll. Sie hatten es für eine kranke Katze gebaut, die ihnen dann aber wieder weggelaufen ist. Ich glaube, ihr könnt es abbauen. Das ist auch nicht so eine gute Konstruktion. Und hier ist noch Müll drin, Alter. Hier überall so eine vergammelten Früchte. Das sind Feigen. Sind die bitte dran? Daraus kann ja bestimmt was machen, oder? Was müssen wir da was machen? Eine Marmelade. Marmelade, ja. Ja. Marmelade, das Feigen. Ja, es geht. Bestimmt. Es riecht schon so, es riecht irgendwie so wie Erdbeeren. Schauen wir mal kurz den Letzt, dann können wir mal gucken, ob man da irgendwie ein Rezept findet, okay? Also, wenn man was selber macht, finde ich es eigentlich sowieso immer cool, weil man hat was Eigenes erschaffen, man hat was, worauf man stolz sein kann, wenn es gut ist. Okay, das hier ist, glaube ich, was. Das lädt gerade noch. Jetzt. 500 Gramm. 500 Gramm Feigen. Okay, wir sollen die einfach, ja, wir sollen die Feigen einfach mit Gelierzucker so stampfen, in den Kochtopf und fertig so ungefähr. So, passt schon. Wow, sieht das hier geil aus. Hast du das geiles Plätzchen gefunden, ne? Das ist ein geiler Blick. Ich wollte gerne mal eine Fahrradtour machen, weil man kann halt echt mal Ecken von der Insel sehen, die man sonst noch nicht so gesehen hat und man kriegt halt viel mit, wie die Insel wirklich so aussieht. Eigentlich denkt man ja immer, wenn man Mallorca hört, irgendwie gleich sofort nur Ballermann und so, aber es ist so viel mehr. Die Klippe an sich ist geil, ne? Mit den grünen Flächen, da fahren wir nochmal so schief runter. Ja, aber schau, ne? Jetzt ist eigentlich alles hier so richtig geil. Und schau mal da runter. Wo ist das denn? Richtig angesammelt. Siehst du das? Oh ja, ich seh's. Müll, 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 da liegt eine Dose. Die Meere werden so vermüllt. Ja, das ist das Kranke. Ich denke, für einen Umweltschutzgerecht ist schon ganz viel, wenn man einfach seinen Plastikmüll und halt einfach Sachen nicht einfach in die Natur wirft. Wenn jeder sagt, ich als Einzelner kann nichts bewirken, dann klappt das Ganze nicht. Wenn man sagt, okay, ich als Einzelner will immer einen Teil dazu tun und egal, was die anderen tun, ich werde es machen und werde mir zum Schluss sagen können, ich hab's versucht. Hast du alle? Ich hab alle. Wie kriegen wir die jetzt zum nächsten Mülleimer? Ja, das tun wir einfach in die Taschen. Scheiß, umweltverschmutzer. Sollen wir weiterfahren? Ja, das ist zumindest wie man immer. Die Jungs in der Villa haben massenhaft Feigen für die Marmelade gesammelt. Nun fehlt aber leider der Zucker. Jungs, ey, wir haben jetzt Feigen fürs Dreifache, ne? Wir haben aber nur 500 Gramm Jelizucker. Hau einfach alles an. Ja, aber dann haben wir ja viel zu viele Feigen. Wenn wir die Hälfte weniger Zucker drin sind. Tja, das passt. Das passt schon. Sicher, dass da alles rein muss? Ja, es sind schon 500 Gramm. Wir brauchen 750. Wollen wir ein bisschen Saft reinmachen, weil das ist ja so trocken. Hier, ich mach ein bisschen Ananas-Saft rein. Ja, das sieht auch schon besser aus. Das Selbstgemachte kann besser schmecken, als das Gekaufte. Aber ich denke, wenn drei Jungs das machen, kann es auch passieren, dass das Gekaufte besser ist. Probieren wir mal. Ob die schmeckt. Das schmeckt ganzig. Das schmeckt übelst fad. Das ist eben auch nicht lecker. Das ist total ganzig. Alex und Johannes kreuzen bei ihrer Fahrradtour Windmühlen und jede Menge Felder. Dabei machen sie eine Entdeckung. Du siehst ja echt überall nur diese ganzen Steinmauern. Echt egal, wo du hinguckst, die sind echt an jeder Straße komplett um jedes Feld rum. Die fahren echt einfach überall auf dem kompletten Weg, egal wo man hinguckt, außerhalb der Stadt geht's los mit diesen Mauern. Die sind überall, die sind wirklich überall. Felder an Felder, um Wege, alles überall. Guck mal, wo die gearbeitet sind, ne? Stapeln mal diese ganzen Steine so puzzlemäßig. Vor allem so exakt, ne? Zehntausende Steine, keine Ahnung. Um ein Feld rum sind da bestimmt schon. Ja, mehr. Zehntausende. Mehr. In Sachen Feigenmarmelade ist Improvisation angesagt. Zutaten werden wild zusammengemischt. Was machen wir das hier? Gummibärchen. Für den Geschmack egal. Schlechter kann es ja nicht schmecken. Nö. Schmeckt ja jetzt schon eklig. Gummibär gehört eigentlich überhaupt nicht in der Marmelade, aber uns fehlt Gelantinzucker. Und dann dachten wir uns, Gummibärchen ist Gelantine, die schmecken lecker. Dann machen wir die einfach mit rein. Jetzt probiere ich nochmal. Ich glaube, es ist jetzt ein Löschen. Schmeckt besser. Schmeckt genauso. Boah, Alter, ich brauche irgendwas zu trinken. Ich kotze gleich. Die kann man aus so leckeren Früchten so einem Dreck zusammenmischen. Die Marmelade hat uns eigentlich ziemlich lange ziemlich eklig geschmeckt. Also es war bis zur Fertigstellung eigentlich die ganze Zeit eklig. Du willst das doch noch nicht ernsthaft teilen? Das ist Zitrone. Der Reis, 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 weißt du, wie süß das ist? Süß. Will mal kosten. Dann gucken, ob es überhaupt schmeckt. Schmeckt gut. Ja. Schmeckt jetzt wirklich gut. Ganz kurz vor der Fertigstellung haben wir dann irgendwie, ist doch noch so ein bisschen die Kurve gekratzt. Und dann war sie ja nicht ganz okay, ganz akzeptabel. So schlecht ist sie auch gar nicht. Schmeckt ganz okay. Schmeckt ganz gut. Lassen wir sie abkühlen und dann probieren wir nochmal. Schön den Kühlschall und dann mit einem schönen Brot. Abends in der Villa. Obwohl schon ein wirklich aufregender und langer Tag hinter ihnen liegt, toben sich die Jungs beim Karaoke singen aus. Musik Vom Level des Gesangs ist definitiv, also für mich Alex am besten. Und die geilste Stimme. Aber er trifft die Töne leider nicht immer Charlie. Also ich denke schon, man braucht einfach mal seine paar Minuten, wo man einfach auch mal bekloppt sein kann und einfach mal total austicken kann, alles ausschalten kann. Natürlich macht das Spaß, wenn man einfach mal irgendwie sich komplett gehen lassen kann und einfach nur rumkreisen, rumschreien kann. Das ist schon lustig. Aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben in manchen Punkten. Ich glaube, der beste Brüller ist fast Charlie. Also der kriegt es wirklich hin, einen Stimmenlagen zu schreien. Und alle sind dabei abgegangen, das hat voll Spaß gemacht und einfach da ein Zwieger im Endschmeich reinzubrillen. Das Kleine war so was von grau und voll, also das war echt schlimm. Es ist spät geworden in der Jungs-WG. Jonas und Charlie machen es sich in ihren Betten gemütlich, die anderen auf der Dachterrasse. Ja Mann, gut Nächsten. Wie fandet ihr heute den Tag? Das Trochen war so geil und danach war ich aber echt fertig und komplett zufrieden. Und es war, also es war schon ganz cool, die Taratour und so. Wo wart ihr denn überall? Ja, wir sind, wir sind erst, erst ein bisschen an der Küste langgefahren und dann ein bisschen ins Land, das Innere und einfach so rumgedüstet und über die Hügel gejagt. Wir haben echt viel von der Insel gesehen, das war schön. Auf jeden, Alter. Morgen geht es zu Toni und seinem Neffen auf den Kutter. Yeah, um 7 Uhr aufstehen. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber mal schlafen. Um 7 Uhr da sein, nicht aufstehen. Das ist das Scheiße, wir müssen ganz schön früh aufstehen. Vor 6 aufstehen. Nein Mann, jetzt Friede. Nacht. Nacht. Morgen geht's weiter. Die Jungs machen eine Tour auf einem richtigen Fischkutter. Doch nicht jeder ist zum Seemann geboren. Alter, ist es schlecht, oder? Außerdem, die Jungs haben Mädchen eingeladen und ihnen eine kleine Überraschung vom Fischen mitgebracht. Unser Abend ist schlecht. Mehr über die Jungs unter ztftv.de. Die Jungs-WG, Montag bis Freitag um 15 Uhr im Kika. Hey, jetzt geht's los. Wir rocken hier die Insel. Freiheit purkommend sein dabei. Alles klar, Mallorca. Wir sind da und die Sonne brennt heiß. Und die Sonne brennt heiß. Ja, jetzt geht's los. Kurz zu schönes Leben, grenzenlos und niemals allein. Wir sind dann, Mallorca ist hinter. Und die Sonne brennt heiß. Seit mehr als drei Wochen leben unsere Jungs ohne Eltern auf Mallorca. Nur noch fünf Tage bleiben der WG und die wollen sie möglichst gut nutzen. Johannes hat als einziger die Nacht auf der Dachterrasse verbracht. Was soll doch Johannes wecken? Da nimmt man ja die Gitarre mit. Dann singen wir was zu ihm. Ja, Johannes ist so ein richtiger Morgenmuffel. Und deshalb muss man sich schon was einverlassen, dass man ihn ruhig weckt und so, dass er auch positiv in den Tag startet. Ausgehen, 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 ausgehen. Ist er wach? Beim Wecken dachte ich am Anfang, ich habe meine Stimmen gehört, ey Jungs, verpisst dich einfach. Dann bei der Gitarre, ich fand es irgendwie, ja, nette Aktion. Bist du wach genug, Johannes? Wach, ja, ich bin jetzt nicht, aber... Schiff, spielst du jetzt auf? Eine schöne Rekaktion. Ich versuch's. Ich lass heute Rührei machen und nicht Cornflakes. Jetzt beginnt die letzte Woche und nochmal richtig frühstücken, denke ich. Aber scheiße, unser Eis. Danny und Alex haben gestern eigenes Eis aus Früchten und Milch gemacht. Anschließend hatten sie die Eiscreme im Kühlschrank kaltgestellt. Und dann vergessen. Das sieht ja doch richtig gut aus. Schmecken tut's wirklich gut. Boah, das find ich geil. Wir müssen uns jetzt irgendwann essen. Wir haben ja richtig gut gemacht. Habt ihr wirklich gut gemacht, ja. Man muss ja zum Frühstück schon das Nachtisch essen, ich weiß so. Das können wir machen. Aber was ist doch eigentlich... Hören wir anstatt Ruhe, einfach Pfannkuchen machen jetzt. Das wäre gar nicht schön. Das ist alles da drauf. Das ist doch geil. Das wäre total geil. Ich hätte auch Bock auf Fischstäbchen. Zum Frühstück. Wie gut nur, dass es heute Pfannkuchen gibt. Auch die richtige Wendetechnik will gelernt sein. Soll ich das jetzt kurz zeigen? Ja, zeig mir mal. So, warte. Warte, warte, warte. Das ist jetzt so. Und dann musst du ganz schnell schwimmen nach vorne. Das fliegt hier so rum. Da musst du nur noch fahren. Mensch, das klappt sich wirklich. Ich mach's mal. Super. Klasse. Ich mach gleich noch einen. Jetzt hab mich der Ehrgeiz gepackt. Ey. Nein. Das ist danach zur Hektis, Stimme. Danach zur Hektis. Es ist eigentlich ganz leicht. Man muss bloß den Dreh raus haben und nach drei, vier zerfallenen Eierkuchen klappt's dann irgendwie. Die Mühe hat sich gelohnt. Statt Cornflakes und Rührei gibt es heute mal was anderes Leckeres zum Frühstück. Guten Appetit. Danke, dass ihr die gemacht habt. Wir sollen die Feigen einfach mit Gelierzucker stampfen in den Kochtopf und fertig. So ungefähr. Wow, passt schon. Wow, sieht das hier geil aus. Das ist ein geiles Plätzchen gefunden. Das ist ein geiler Blick. Ich wollte gerne mal eine Fahrradtour machen, weil man kann halt echt mal Ecken von der Insel sehen, die man sonst noch nicht so gesehen hat und man kriegt halt viel mit, wie die Insel wirklich so aussieht. Eigentlich denkt man ja immer, wenn man Mallorca hört, irgendwie gleich sofort nur Ballermann und so. Aber es ist so viel mehr. Die Klippe an sich ist geil, ne? Mit den Grünflächen davor. Noch mal so schief runter. Ja, aber schau, ne? Jetzt ist eigentlich alles hier so richtig geil. Und schau mal da runter. Wo ist das denn? Richtig angesammelt. Siehst du das? Oh ja, ich seh's. Müll, 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 Müll. Da liegt die Dose. Die Meere werden so vermüllt. Ja, das ist das Kranke. Ich denke, für den Umweltschutz reicht das schon ganz viel, wie wenn man einfach seinen Plastikmüll und halt einfach Sachen nicht einfach in die Natur wirft. Wenn jeder sagt, ich als Einzelner kann nichts bewirken, dann klappt das Ganze nicht. Wenn man sagt, okay, ich als Einzelner will mal einen Teil dazu tun und egal, was die anderen tun, ich werde es machen und werde mir zum Schluss sagen können, ich habe es versucht. Hast du alle? Ich habe alle. Wie kriegen wir die jetzt zum nächsten Mülleimer? Ich tue sie mir einfach in die Taschen. Scheiß, Umweltverschmutzer. Sollen wir weiterfahren? Ja, das ist zumindest wie man immer. Die Jungs in der Villa haben massenhaft Feigen für die Marmelade gesammelt. Nun fehlt aber leider der Zucker. Jungs, ey, wir haben jetzt Feigen fürs Dreifache, ne? Wir haben aber nur 500 Gramm Jelissucker. Hau einfach alles an. Ja, aber dann haben wir ja viel zu viele Feigen. Wenn wir die Hälfte weniger Zucker sind. Tja, das passt schon. Das passt schon. Sicher, dass da alles rein muss? Ja, es sind 500 Gramm. Wir brauchen 750. Wollen wir ein bisschen Saft reinmachen, weil das ist ja so trocken. Hier, ich mache ein bisschen Ananas-Saft rein. Ja, es sieht auch schon besser aus. Das Selbstgemachte kann besser schmecken, als das gekaufte. Aber ich denke, wenn drei Jungs das machen, kann es auch passieren, dass das gekaufte besser ist. Probieren wir. Ob die schmeckt. Das schmeckt ganzig. Das schmeckt übelst fad. Das ist aber auch nicht lecker. Das schmeckt total ganzig. Alex und Johannes kreuzen bei ihrer Fahrradtour Windmühlen und jede Menge Felder. Dabei machen sie eine Entdeckung. Du siehst ja echt überall nur diese ganzen Steinmauern. Echt egal, wo du hinguckst, die sind echt an jeder Straße komplett um jedes Feld rum. Ja. Die fahren echt einfach überall auf dem kompletten Weg. Egal, wo man hinguckt außerhalb der Stadt, geht's los mit diesen Mauern. Die sind überall. Sie sind wirklich überall. Felder an Felder, um Wege, alles überall. Guck mal, wie die gearbeitet sind. Stapeln mal diese ganzen Steine so puzzelmäßig. Vor allem so exakt. Zehntausende Steine. Keine Ahnung. Um ein Feld rum sind da bestimmt schon. Ja, mehr. Zehntausende. Mehr. In Sachen Feigenmarmelade ist Improvisation angesagt. Zutaten werden wild zu... Das ist lecker. Lecker. Schau es. Schmeckt auch so. Boah, ist das lecker. Oh. Also mit einem leckeren Frühstück im Magen ist man immer besser gelaunt, weil man das Frühstück genau genießen konnte. Diese Kombination von Pfannkuchen und Eis, das war so der Hammer. Das schmeckt so brutal geil. Das war das geilste Frühstück. Das Rührei ist alles überboten. Wie jede Woche gibt es Haushaltsgeld. Die Jungs bekommen 500 Euro. Das Geld muss für die ganze Woche und alle Ausgaben reichen. Jungs, ihr kriegt von mir noch alle 20 Euro. Haben wir so viel gespart? Sehr geil. Geil. Danny, der ist unser Monopoly-Männchen. Der hat die Haushaltskasse sehr gut verwaltet. Der hat alles im Blick gehabt. Jetzt haben wir jetzt einfach noch Geld über. Ja, also die Geldeinteilung haben wir dieses Mal wieder gleich gelassen wie die letzten drei Wochen, weil es einfach total gut gelaufen ist. Wir geben 50 Euro für seinen eigenen Bedarf und 52 Euro behalten wir für die Haushaltskasse. Liebe Jungs, wie geht ihr? Hier euer wöchentliches Geld. Zusätzlich bekommt ihr ein ganz besonderes Geschenk, damit ihr das Leben der Mallorquiner kennenlernen könnt. Dürft ihr morgen mit Fischer Toni und seinem Neffen zum Fischen fahren. Um 7 Uhr geht's los. Viel Spaß dabei. Oh, wie geil ist das denn? Fischer Toni und sein Neffen. Aber um 7 Uhr geht's los. Das heißt, um 6 Uhr aufstehen, halb 6.30 Uhr. Oh, fuck. Ja, man hat früh ins Bett. Mensch, wir müssen da auch Fische zerlegen oder so. Ja, so viele Tiere bestimmt. Bisschen Augen raus und... Du schneidest noch nicht die Augen raus. Also erst trennst du die Kiemen durch, damit es nicht mehr abnet. Schneidest du den Kopf ab. Dann holst du die ganzen Innereien raus. Danke, danke. Sieht ungefähr so aus wie die Erdbeeren. Ja, danke. Guten Appetit drauf. Genaueres werden die Jungs wohl morgen früh auf dem Fischerboot erfahren. Statt aufs Wasser wollen die Jungs jetzt erst mal unter Wasser. In einem Schnupperkuss fürs Tauchen. Hallo, Ralf, Danny, Jonas, und Johnny, Alex, Johannes. Können wir eure Namen wahrscheinlich sowieso nicht merken, aber es ist eine ganze Stunde. Ja, ihr wollt tauchen? Ja, gerne. So, dann kommt mal mit. Wer hat von euch denn schon mal getaucht? Keiner. Noch keiner. Wer hat dir schon mal geschneuchelt? Hat er schon mal geschneuchelt? Ja, schneuchelt. Nein. Also auch noch nicht? Nee. Und dann erklären wir euch alles und das wird eure Tauchlehrerin machen. Jeder der Jungs bekommt eine eigene Tauchlehrerin zugeteilt, die auch für das passende Tauchoutfit sorgt. Mit oder ohne Badehose? Mit Badehose. Jetzt zieht die nicht mehr aus. Mit der Badehose unten drunter ist das doch nicht so. Soll es hier wirklich stramm sitzen im Schritt? Den Hosenteil anzuhaben ist nicht so bequem, weil ich die Badehose drunter habe. Es zwickt ein wenig im Schritt. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Pinguin. Yo, guck mal, ich habe Happy Feet. Schlossen laufen zu müssen ist echt komisch. Du kannst gar nicht normal gehen, sondern es ist irgendwie ganz komisch, wirklich watschen. Jetzt müssen die Jungs noch lernen, wie man die Tauchausrüstung richtig benutzt. Das ist dein Hauptatmenregler. Aus dem atmest du ein und aus. Wie fühlt sich das an? Schwer. Okay, das ist noch gar nicht schwer, weil wir haben noch kein Blei drin. Oh. Boah, ist das schwer. Das Equipment für den Tauchgang war echt mega schwer. Das konnte man fast gar nicht tragen. Man hatte zwölf Kilo auf dem Rücken und dann noch 16 Kilo vorne. Wir haben jetzt hier ein paar Masken für euch. Die müsst ihr jetzt mal testen, ob die passen. Einziehen, durch die Nase. Geht doch. Hast du gehört? Passt. Nichts passieren kann. Erste Gefühle, Wasser zu sein, war, mein Gott, ich spüre diese Sachen alle gar nicht mehr. Zuerst habe ich auf meinen Rücken geguckt, ob ich die Flasche auch wirklich dort drauf habe. Ich hätte gedacht, dass das Atmen unter Wasser viel schwerer ist, aber man atmet halt einfach ganz normal durch den Mund und es ist eigentlich total leicht. Nur es ist irgendwie komisch, dass dann die ganzen Blubberblasen dann, wenn man ausatmet, an einem vorbeigehen. Du gehst da runter und nach einer Minute vergisst du, dass oben noch eine andere Welt ist. Man geht wirklich vor der Realität auf Trauchstation. Wenn du unter Wasser bist, dann hast du so einen richtig smoothen Schwebezustand, der ist echt Traumauto. Du musst nur zweimal mit den Füßen bewegen und du bewegst dich gleich drei, vier Meter total weit. Du kannst in die Höhe, Tiefe, rechts, links, in die Weite, nach hinten einfach schwimmen und dann noch diesen wahnsinnigen Ausblick auf die Sache, die man noch nie vorher so gesehen hat. Überall waren ohne Ende Fische und man konnte durch die Fischwärme durchschwimmen. Tausende von Seegeln, ganz viele Seesterne, Feuerrot, Orange. Drei Meter über dir ist das Wasser, schaust nach unten, da ist die Krass, muss Fische schwimmen dich herum, du machst einfach nichts. Das ist richtig geil. Die Jungs probieren neugierig aus, was unter Wasser möglich ist. Oder eben auch nicht. Natürlich nur da, wo sie keinen Schaden anrichten können. Als ich da so saß, habe ich uns den Stein genommen und dann habe ich versucht, den zu werfen und du wirfst ihn wirklich mit aller Kraft da im Wasser und deine Hand natürlich tippt er langsam und dann wirfst ihn und der Stein... Dann bin ich halt mit Toten, mit Tobi, dem Tauchlehrer, haben wir uns halt in Seegras gelegt, haben die ganze Zeit nur Faxen gemacht, wir haben halt den Sauerstoffloch rausgenommen, irgendwelche Fratzen gezogen, wieder reingetan, wir haben uns ein rostiges Messer in den Mund gesteckt und es hat noch Pirat gemacht. Nach knapp einer Stunde geht die Luft in den Flaschen zu Ende und die Jungs müssen wieder auftauchen. Voll geil, Mann. Das war so spaßig. Das ist geil. Also es war richtig geil, weil es ist einfach so so schönes Feeling einfach so durch das Meer zu schweben sozusagen und alles sich angucken zu können, einfach frei atmen zu können, dass man gar nicht gemerkt hat, dass man unter Wasser war. Schon gleich als runterging, wo man sich das erste Mal umgeguckt hat, war gleich so, boah, sieht das hier geil aus. Das war so unglaublich cool da unten. Also eigentlich bisher die coolste Aktion. Zurück in der Villa haben Johannes und Alex immer noch nicht genug Sportprogramm für heute. Sie machen eine kleine Fahrradtour über die Insel. Im Garten überlegen die anderen, was mit dem leeren Gehege passieren soll. Sie hatten es für eine kranke Katze gebaut, die ihnen dann aber wieder weggelaufen ist. Ich glaube, ihr könnt es abbauen. Das ist auch nicht so eine gute Konstruktion. Hier ist nur Müll drin, Alter. Hier überall sind die vergammelten Früchte. Das sind Feigen. Sind die bitte dran? Daraus kann ja bestimmt was machen, oder? Was willst du denn da was machen? Mit Marmelade. Marmelade, ja. Marmelade aus Feigen. Ja, es geht. Bestimmt. Es riecht schon so, es riecht irgendwie so wie Erdbeeren. Ich schwimme mal kurz den Läpfchen, dann können wir mal gucken, ob man da irgendwie ein Rezept findet, okay? Also wenn man was selber macht, finde ich es eigentlich sowieso immer cool, weil man hat was Eigenes erschaffen, man hat was, worauf man stolz sein kann, wenn es gut ist. Okay, das hier ist, glaube ich, was? Das liegt gerade noch. Jetzt. 500 Gramm Feigen. Okay, willst du? Was, wenn die Scheibe von in mir schlägt? Die schlägt nicht. Wir spucken da nämlich nachher rein. Ich möchte nicht darüber nachdenken, bevor er die Maske schon hat und da reingespuckt hat. Die meisten Körperflüssigkeiten sind jetzt nicht so lecker. Und der Rotse halt auch nicht. Aber es wird ja danach wieder ausgewaschen. Du musst dir damit ja auch nicht das Gesicht einreiben. Tauchlehrer Ralf gibt noch die letzten Hinweise, wie man sich als Taucher unter Wasser verhält. Alles, was da unten liegt, bleibt da. Tiere fassen wir nicht an. Genauso das Riff. Wir packen da nirgendwo ran, halten uns irgendwo fest oder so. Da sind versteckt manchmal Segel drin. Diese Riffkanten sind sehr scharf. Ihr könnt euch die Finger aufschneiden. Also, nichts anfassen. Schwebt einfach, genießt den Tauchgang. Wenn die Mädels euch fragen, okay, dann gebt ihr auch das Zeichen, okay. Immer antworten. Das ist ein Fragezeichen. Und das ist auch ein Antwortzeichen. Das ist das wichtigste Zeichen beim Tauchen. Okay. Okay? Ja. Was? Nur noch schnell den Neoprenanzug anziehen. Schnell? So einfach ist das gar nicht. Den Neoprenanzug anzuziehen, das war total schwer, weil der so wirklich auch total hauteng ist. Das war wie so eine zweite dicke Walfischhaut. Also, war schon ein bisschen eigenartig. Hätte mir jemand eine Harpune in den Rücken geschossen, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt. Dann kann's endlich losgehen. Die Jungs und die Tauchlehrer besteigen das Boot. Wir haben so ein Auslauflied. Das ist immer unser Ritual. Das machen wir immer, wenn wir auslaufen und einlaufen in den Hafen. Dann machen wir das an, damit die auch uns bemerken, wenn wir hier rein und raus kommen. Und das, das geht so. Das geht so. Und das war schon extrem lustig, wie er dann da an seinem Lenkrad abgegangen ist. Da hat man sich schon so ein bisschen erschreckt, wie er so die ganze Zeit so... Weil man ihn dann einfach gar nicht so eingeschätzt hat. Aber Walf macht richtig Stimmung und das ist ein ziemlich lustiger Kerl. In einer kleinen Bucht geht das Boot vor Anker. Hier werden unsere fünf zum ersten Mal unter Wasser gehen. Die Tauchlehrerinnen verlassen das Boot zuerst. Jetzt nimmt ihr eure Maske und spuckt da mal kräftig rein. Du musst sie nachher aufhaben. Wenn ihr keine Spucke habt, sagt ihr mir Bescheid. Dann mache ich das. Wascht das mit Wasser aus. Nehmt euch ein bisschen Wasser mit. Gleich in der Maske und macht euer Gesicht nass. Ich freue mich jetzt total ins Wasser zu gehen. Ich schwitze jetzt wie sauber. Es wird sich heiß. Ich bin gespannt, was uns da nicht erwartet. Ja, also vor dem ersten Lauchgang ist jetzt so ein bisschen... Das ist ein ruhiges Gefühl und ganz komisch, weil ich kann mir das jetzt drüchelbein rein gewöhnen, nur noch durch den Mund zu atmen. Kann losgehen. Reglein im Mund, festhalten. Maske auf und Beide überkreuzt. So, jetzt haben wir da hinfallen lassen. Los! Los! Rückwärts vom Boot, sich reinfallen zu lassen, ist ein richtiger Taucher. Das ist schon ein geiles Gefühl. Man hat so ein... Man gibt so einen Ruck, dann kommt so ein kurzer Annalinstoß und dann bist du plötzlich im Wasser. Und dann, was erst so viel im Wasser zu sein war, Erleichterung, weil man hat halt irgendwie nicht mehr das ganze Gesicht aufzusetzen und man trieb schon oben. Und es war schon super cool. Man wollte jetzt eigentlich nur noch tauchen. Und dann geht es auch ganz langsam nach unten. Jeder der Jungs hat immer eine Tauchlehrerin in seiner Nähe. Dann geht es auch ganz langsam nach unten. Jeder der Jungs hat immer eine Tauchlehrerin in seiner Nähe, damit nichts passieren kann. Erste Gefühle, Wasser zu sein, war, mein Gott, ich spüre diese Sachen alle gar nicht mehr. Zuerst habe ich auf meinen Rücken geguckt, ob ich die Flasche auch wirklich noch drauf habe. Ich hätte gedacht, dass das Atmen unter Wasser viel schwerer ist, aber man atmet halt einfach ganz normal durch den Mund und es ist eigentlich total leicht. Nur es ist irgendwie komisch, dass dann die ganzen Blubberblasen dann, wenn man ausatmet, an einem vorbeigehen. Du gehst da runter und nach einem Moment vergisst du das oben noch eine andere Welt. Man geht wirklich vor der Realität auf Trauchstation. Wenn du unter Wasser bist, dann hast du so einen richtig smoothen Schwebezustand, und der ist echt ein Traum. Also du musst nur zweimal mit den Füßen bewegen und du bewegst dich gleich drei, vier Meter total weit. Du kannst in die Höhe, Tiefe rechts, links, in die Weite nach hinten einfach schwimmen und dann noch diesen wahnsinnigen Ausblick zu Sachen, die man noch nie vorher so gesehen hat. Überall waren ohne Ende Fische und man konnte durch die Fischwärme durchschwimmen. Tausende von Seegeln, ganz viele Seesterne, Feuerrot, Orange. Drei Meter über dir ist das Wasser, schaust nach unten, da ist die Grosse und Fische schwimmen dich herum. Du machst einfach nichts. Das ist richtig geil. Die Jungs probieren neugierig aus, was unter Wasser möglich ist. Oder eben auch nicht. Natürlich nur da, wo sie keinen Schaden anrichten können. Als sie da so saßen, haben wir uns den Stein genommen und dann haben wir versucht, den zu werfen. Und du wirfst ihn wirklich mit aller Kraft da im Wasser und deine Hand wird natürlich tippt er langsam und dann wirfst ihn und der Stein. Dann bin ich halt mit Tobi, dem Tauchlehrer, haben uns halt ins Seegras gelegt, haben die ganze Zeit nur Faxen gemacht. Wir haben halt den Sauerstoffloch rausgenommen, irgendwelche Fratzen gezogen, wieder reingetan. Wir haben uns ein rostiges Messer in den Mund gesteckt und es sei noch pirat gemacht. Nach knapp einer Stunde geht die Luft in den Flaschen zu Ende und die Jungs müssen wieder auftauchen. Das war geil, Mann. Das war so spaßig. Das ist geil. Also es war richtig geil, weil es ist einfach so so schönes Feeling einfach so durch das Meer zu schweben sozusagen und alles sich angucken zu können. Einfach frei atmen zu können, dass man gar nicht gemerkt hat, dass man unter Wasser war. Schon gleich als runterging, wo man sich das erste Mal umgeguckt hat, war gleich so, boah, sieht das hier geil aus. Das war so unglaublich cool da unten. Also eigentlich bisher die coolste Aktion. Zurück in der Villa haben Johannes und Alex immer noch nicht genug Sportprogramm für heute. Sie machen eine kleine Fahrradtour über die Insel. Im Garten überlegen die anderen, was mit dem leeren Gehege passieren soll. Sie hatten es für eine kranke Katze gebaut, die ihnen dann aber wieder weggelaufen ist. Ich glaube, ihr könnt es abbauen. Das ist auch nicht so eine gute Konstruktion. Und hier ist nur Müll drin, hier über die vergammelten Früchte. Das sind Feigen. Sind die bitte dran? Daraus kann ja bestimmt was machen, oder? Was soll ich denn da was machen? Eine Marmelade. Marmelade, ja. Marmelade, das ist Feigen. Ja, es geht. Bestimmt. Es riecht schon so, es riecht irgendwie so wie Erdbeeren. Schauen wir mal kurz den Netzwerk, dann können wir mal gucken, ob man da irgendwie ein Rezept findet, okay? Also, wenn man was selber macht, finde ich es eigentlich sowieso immer cool, weil man hat was Eigenes erschaffen, man hat was, worauf man stolz sein kann, wenn es kommt. Hey, jetzt geht's los, wir rocken, hier die Insel, Freiheit, pur, komm, wenn sie da rein. Alles klar, Mallorca, wir sind da, und die Sonne brennt heiß, und die Sonne brennt heiß. Ja, jetzt geht's los, trotzig, schönes Leben, rennt sie los, und niemals allein. Wir sind dann, Mallorca ist ein Dach, und die Sonne brennt heiß, und die Sonne brennt heiß. Seit mehr als drei Wochen leben unsere Jungs ohne Eltern auf Mallorca. Nur noch fünf Tage bleiben der WG, und die wollen sie möglichst gut nutzen. Johannes hat als einziger die Nacht auf der Dachterrasse verbracht. Was ist denn doch Johannes weg? Ich will ja die Gitarre mit. Ja, jetzt singen wir uns was zu ihm. Ja, Johannes ist so ein richtiger Morgenmuffel, und deshalb muss man sich schon was einverlassen, dass man ihn ruhig weckt, und so, dass er auch positiv in den Tag startet. Aufstehen, aufstehen, Ist er wach? Beim Wecken dachte ich am Anfang, ich hab mal Stimmen gehört, ey Jungs, verpisst er dich einfach. Dann bei der Gitarre, ich fand es irgendwie, ja, nette Aktion. Bist du wach genug, Johannes? Nachher bin ich nicht, aber ich habe eine schöne Weck-Aktion. Ich versuch's. Lass heute Rührei machen, und nicht Cornflakes. Da beginnt die letzte Woche, nochmal richtig frühstücken, denke ich. Scheißlose Eis. Danny und Alex haben gestern eigenes Eis aus Früchten und Milch gemacht. Anschließend hatten sie die Eiscreme im Kühlschrank kaltgestellt, und dann vergessen. Das sieht doch richtig gut aus. Schmecken tut's wirklich gut. Boah, das finde ich geil. Wir müssen uns jetzt irgendwann essen. Wir haben ja richtig gut gemacht. Habt ihr wirklich gut gemacht, ja. Man muss ja zum Frühstück schon oder das Nachtisch essen oder so. Das können wir machen. Aber was ist doch eigentlich... Wenn wir anstatt Ruhe einfach Pfannkuchen und Pfannkuchen mal rühren. Das wäre gar nicht schön, das ist alles da drauf. Das ist doch geil. Das wäre total geil. Ich hätte auch Bock auf Fischstäbchen. Ach, zum Frühstück. Gibt's Nogo, was das Frühstück angeht? Nogo ist, glaube ich, irgendwie so für mich Kartoffeln mit einem Stück Fleisch. Kartoffeln hasse ich sowieso. Wie gut nur, dass es heute Pfannkuchen gibt. Auch die richtige Wendetechnik will gelernt sein. Das ist ein guter Teil. Da zeig ich mir mal. So, warte. Warte, warte, warte. Das ist jetzt so. Und dann musst du ganz schnell schwimmen nach vorne. Dann fliegt ihr so rum. Da musst du nur noch fahren. Das ist glaube ich zu zweitlich. Das mach ich mal. Super. Klasse. Das kriegst du auch schon hin. Nanny, ich will das auch mal noch versuchen. Ich mach gleich noch ein. Jetzt hab mich der Ehrgeiz gepackt. Hey. Nein. Das ist danach zu hektisch gemacht. Danach zu hektisch. Das ist eigentlich ganz leicht. Man muss bloß den Dreh raus haben und nach drei, vier zerfallenden Eierkuchen klappt es dann irgendwie. Die Mühe hat sich gelohnt. Statt Cornflakes und Rührei gibt es heute mal was anderes Leckeres zum Frühstück. Guten Appetit. Gutes. Okay, das hier ist glaube ich was. Das lädt gerade noch. Jetzt. 500 Gramm Feigen. Okay, wir sollen die einfach, ja, wir sollen die Feigen einfach mit Gelierzucker so stampfen in den Kochtopf und fertig so ungefähr. Oh, passt schon. Wow, sieht das hier geil aus. Hast du das geiles Plätzchen gefunden? Das ist ein geiler Blick. Ich wollte gerne mal eine Fahrradtour machen, weil man kann halt echt mal Ecken von der Insel sehen, die man sonst noch nicht so gesehen hat und man kriegt halt viel mit, wie die Insel wirklich so aussieht. Eigentlich denkt man ja immer, wenn man Mallorca hört, irgendwie gleich sofort nur Ballermann und so, aber es ist so viel mehr. Die Klippe an sich ist geil, mit den grünen Flächen da vorne noch mal so schief runter. Ja, aber schau, jetzt ist eigentlich alles hier so richtig geil und schau mal da runter. Wo ist das denn? Richtig angesammelt. Siehst du das? Oh ja, ich seh's. Müll, 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 Müll. Da liegt eine Dose. Die Meere werden so vermüllt. Das ist das Kranke. Ich denke, für einen Umweltschutz gereicht das schon ganz viel, wenn man einfach seinen Plastikmüll und halt einfach Sachen nicht einfach in die Natur wirft. Wenn jeder sagt, ich als Einzelner kann nichts bewirken, dann klappt das Ganze nicht. Wenn man sagt, okay, ich als Einzelner will immer Anteil dazu tun und egal, was die anderen tun, ich werde es machen und werde zum Schluss sagen können, ich hab's versucht. Hast du alle? Ich hab alle. Wie kriegen wir die jetzt zum nächsten Mülleimer? Das tun sie mir einfach in die Taschen. Scheiß, Umweltverschmutzer. Sollen wir weiterfahren? Ja, das ist zumindest wie wir da machen. Die Jungs in der Villa haben massenhaft Feigen für die Marmelade gesammelt. Nun fehlt aber leider der Zucker. Jungs, ey, wir haben jetzt Feigen fürs Dreifache, ne? Wir haben aber nur 500 Gramm Jelizucker. Hau einfach alles an. Ja, dann haben wir ja viel zu viel Feigen. Die Hälfte weniger Zucker. Das passt. Das passt schon. Sicher, dass da alles rein muss? Ja, das sind 500 Gramm. Wir brauchen 750. Wollen wir ein bisschen Saft reinmachen, weil das ist ja so trocken. Wir machen ein bisschen Ananas-Saft rein. Ja, das sieht ja schon besser aus. Das Selbstgemachte kann besser schmecken als das gekaufte, aber ich denke, wenn drei Jungs das machen, kann es auch passieren, dass das gekaufte besser ist. Probieren wir, ob die schmeckt. Das schmeckt ganzig. Das schmeckt jeweils fad. Das ist auch nicht lecker. Das schmeckt total kranzig. Alex und Johannes kreuzen bei ihrer Fahrradtour Windmühlen und jede Menge Felder. Dabei machen sie eine Entdeckung. Du siehst ja echt überall nur diese ganzen Steinmauern. Echt egal, wo du hinguckst, die sind echt an jeder Straße komplett um jedes Feld rum. Ja. Die fahren echt einfach überall auf dem kompletten Weg, egal wo man hinguckt, außerhalb der Stadt, geht's los mit diesen Mauern. Die sind überall, sie sind wirklich überall. Feldern, Felder, Umwege, alles überall. Guck mal, wie die gearbeitet sind. Stapeln mal diese ganzen Steine so puzzlemäßig. Vor allem so exakt. Zehntausende Steine. Danke, dass ihr die gemacht habt. Sie sind lecker. Schau es. Schmeckt auch so. Boah, ist das lecker. Boah. Also mit einem leckeren Frühstück im Magen ist man immer besser gelaunt, weil man das Frühstück genau genießen konnte. Diese Kombination von Pfannkuchen und Eis. Das war so der Hammer. Das schmeckt so brutal geil. Das war das geilste Frühstück. Das Rührei, alles, alles überboten. Wie jede Woche gibt es Haushaltsgeld. Die Jungs bekommen 500 Euro. Das Geld muss für die ganze Woche und alle Ausgaben reichen. Jungs, ihr kriegt von mir noch alle 20 Euro. Haben wir so viel gespart? Sehr geil. Geil. Denny, der ist unser Monopoly-Männchen. Der hat die Haushaltskasse sehr gut verwaltet, hat alles im Blick gehabt. Und jetzt haben wir jetzt einfach noch Geld über. Ja, also die Geldeinteilung haben wir dieses Mal wieder gleich gelassen wie die letzten drei Wochen, weil es einfach total gut gelaufen ist. Wir geben 50 Euro für seinen eigenen Bedarf. Und 52 Euro behalten wir für die Haushaltskasse. Liebe Jungs, hier euer wöchentliches Geld. Zusätzlich bekommt ihr ein ganz besonderes Geschenk. Damit ihr das Leben der Mallorquiner kennenlernen könnt, dürft ihr morgen mit Fischer Tony und seinem Neffen zum Fischen fahren. Um 7 Uhr geht's los. Viel Spaß dabei. Oh, wie geil ist das denn? Fischer Tony und sein Neffen. Aber um 7 Uhr geht's los. Das heißt, um 6 Uhr aufstehen, um 6, so 30. Oh, fuck. Ja, man, heute früh ins Bett. Meinst du, wir müssen da auch Fische zerlegen oder so? Ja, so viele Tiere bestimmt. Bisschen Augen raus und... Du schneidest noch nicht die Augen raus. Also erst trennst du die Kiemen durch, damit es nicht mehr atmet, schneidest du den Kopf ab, dann holst du die ganzen in den Reihen raus. Danke, danke. Das sieht ungefähr so aus wie die Erdbeeren. Ja, danke. Guten Appetit dabei. Genaueres werden die Jungs wohl morgen früh auf dem Fischerboot erfahren. Statt aufs Wasser wollen die Jungs jetzt erst mal unter Wasser in einem Schnupperkurs fürs Tauchen. Hallo, Ralf. Danny. Jonas. Und Johnny. Alex. Johannes. Kann man da wahrscheinlich sowieso nicht merken, aber es ist eine ganze Stunde. Ja, ihr wollt tauchen? Ja, gerne. So, dann kommt mal mit. Wer hat von euch denn schon mal getaucht? Keiner. Noch keiner. Wer hat dir schon mal geschneuchelt? Hat er schon mal geschneuchelt? Ja, nein. Also auch noch nicht? Nee. Und dann erklären wir euch alles und das wird eure Tauchlehrerin machen. Jeder der Jungs bekommt eine eigene Tauchlehrerin zugeteilt, die auch für das passende Tauchoutfit sorgt. Mit oder ohne Badehose? Mit Badehose. Jetzt zieht die nicht mehr aus. Mit der Badehose unten drunter ist das doch nicht so. Soll es hier wirklich stramm sitzen im Schritt? Den Hosenteils anzuhaben ist nicht so bequem, weil ich eine Badehose drunter habe. Es zwickt ein wenig im Schritt. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Pinguin. Yo, guck mal, ich habe Happy Feet. Schlossen laufen zu müssen ist echt komisch. Du kannst gar nicht normal gehen, sondern es ist irgendwie ganz komisch, wirklich watschen. Jetzt müssen die Jungs noch lernen, wie man die Tauchausrüstung richtig benutzt. Das ist dein Hauptatmenregel. Aus dem atmest du ein. Und aus. Hä? Ja. Wie fühlt sich das an? Schwer. Okay, das ist noch gar nicht schwer, weil da macht kein Blei drin. Oh. Boah, ist das schwer. Das Equipment für den Tauchgang war echt mega schwer. Ja, also das könnte man fast gar nicht tragen. Das war, man hatte zwölf Kilo auf dem Rücken und dann noch 16 Kilo vorne. Wir haben jetzt hier ein paar Masken für euch. Die müsst ihr jetzt mal testen, ob die passen. Einziehen durch die Nase. Was, wenn die Scheibe von innen beschlägt? Die beschlägt nicht. Wir spucken da nämlich nachher rein. Ich möchte nicht darüber nachdenken, bevor er die Maske schon hat und da reingespuckt hat. Die meisten Körperflüssigkeiten sind jetzt nicht so lecker. Und der Rotze halt auch nicht. Aber es wird ja danach wieder ausgewaschen. Du musst dir damit ja auch nicht das Gesicht einreiben. Tauchlehrer Ralf gibt noch die letzten Hinweise, wie man sich als Taucher unter Wasser verhält. Alles, was da unten liegt, bleibt da. Tiere fassen wir nicht an. Genauso das Riff. Wir packen da nirgendwo ran, halten uns irgendwo fest oder so. Da sind versteckt manchmal Segel drin. Diese Riffkanten sind sehr scharf. Ihr könnt euch die Finger aufschneiden. Also, nichts anfassen. Schwebt einfach, genießt den Tauchgang. Wenn die Mädels euch fragen, okay, dann gebt ihr auch das Zeichen, okay. Immer antworten. Das ist ein Fragezeichen und das ist auch ein Antwortzeichen. Das ist das wichtigste Zeichen beim Tauchen. Okay. Okay? Was? Nur noch schnell den Neoprenanzug anziehen. Schnell? So einfach ist das gar nicht. Den Neoprenanzug anzuziehen, das war total schwer, weil der so wirklich auch total hauteng ist. Das war wie so eine zweite dicke Walfischhaut. Also, war schon ein bisschen eigenartig. Hätte mir jemand eine Harpune in den Rücken geschossen, jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt. Dann kann's endlich losgehen. Die Jungs und die Tauchlehrer besteigen das Boot. Wir haben so ein Auslauflied. Das ist immer unser Ritual. Das machen wir immer, wenn wir auslaufen und einlaufen in den Hafen. Dann machen wir das an, damit die auch uns bemerken, wenn wir hier rein und raus kommen. Und das, das geht so. Das geht so. Und das war schon extrem lustig, wie er dann da an seinem Lenkrad abgegangen ist. Da hat man sich schon so ein bisschen erschreckt, wie er so die ganze Zeit so... Weil man ihn dann einfach gar nicht so eingeschätzt hat. Aber Walf macht richtig Stimmung und das ist ein ziemlich lustiger Kerl. In einer kleinen Bucht geht das Boot vor Anker. Hier werden unsere fünf zum ersten Mal unter Wasser gehen. Die Tauchlehrerinnen verlassen das Boot zuerst. Jetzt nehmt eure Maske und spuckt da mal kräftig rein. Du musst sie nachher aufhaben. Wenn ihr keine Spucker habt, sagt ihr mir Bescheid. Dann mach ich das. Wascht das mit Wasser aus. Nehmt euch ein bisschen Wasser mit. Gleich in der Maske und macht euer Gesicht nass. Ich freue mich jetzt total ins Wasser zu gehen. Ich schwitze jetzt wie Sauber. Es ist richtig heiß. Ich bin gespannt, was uns da unten erwartet. Ja, also vor dem ersten Lauchgang ist jetzt so ein bisschen ein vorwegiges Gefühl und ganz komisch, weil ich kann mich fast jetzt ein Drittelbein dran gewöhnen, nur noch durch den Mund zu atmen. Kann losgehen. Egel am Mund, festhalten. Maske auf. Und Beide überkreuz. So, jetzt haben wir da hinten fallen lassen. Los! Los! Rückwärts vom Boot sich reinfallen zu lassen, ist ein richtiger Taucher. Das ist schon ein geiles Gefühl. Man hat so ein... Einfach so ein Ruck. Dann kommt ein kurzer Antrimalienstoß und dann bist du plötzlich im Wasser und dann das erste Gefühl im Wasser zu sein, war Erleichterung, weil man hat halt irgendwie nicht mehr das ganze Gewicht aufzusitzen und man trieb schon oben. Und es war schon super cool. Man wollte jetzt eigentlich nur noch tauchen. Zusätzlich bekommt ihr ein ganz besonderes Geschenk, damit ihr das Leben der Mallorquiner kennenlernen könnt. Dürft ihr morgen mit Fischer Tony und seinem Neffen zum Fischen fahren. Um sieben Uhr geht's los. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Oh, du geisterst. Fischer Tony und sein Neffe. Aber um sieben Uhr geht's los. Das heißt, um sechs Uhr aufstehen, halb sechs Uhr dreißig. Oh, fuck. Ja, man hat früh ins Bett. Meinst du, wir müssen da auch Fische zerlegen oder so? Also, so viele Tiere bestimmt. Ein bisschen Augen raus. Du schneidest noch nicht die Augen raus. Also, erst trennst du die Kiemen durch, damit sie nicht mehr abtet. Schneidest du den Kopf ab. Dann holst du die ganzen Innereien raus. Danke, danke. Das sieht ungefähr so aus wie die Erdbeeren. Ja, danke. Guten Appetit dabei. Genaueres werden die Jungs wohl morgen früh auf dem Fischerboot erfahren. Statt aufs Wasser wollen die Jungs jetzt erst mal unter Wasser. In einem Schnupperkuss fürs Tauchen. Hallo, Ralf. Danny. Jonas. Und Tony. Alex. Johannes. Können wir da wahrscheinlich sowieso nicht merken, aber es sind ganze Schöne. Ja, ihr wollt tauchen. Ja, gerne. So, dann kommt mal mit. Wer hat von euch denn schon mal getaucht? Keiner. Noch keiner. Wer hat dir schon mal geschnorchelt? Hat er schon mal geschnorchelt? Nein. Also, auch noch nicht? Nee. Und dann erklären wir euch alles und das wird eure Tauchlehrerin machen. Jeder der Jungs bekommt eine eigene Tauchlehrerin zugeteilt, die auch für das passende Tauchoutfit sorgt. Mit oder ohne Badehose? Mit Badehose. Jetzt sieht die nicht mehr aus. Mit der Badehose unten drunter ist das dann nicht so. Soll es hier wirklich stramm sitzen im Schritten? Den Hosenteils anzuhaben ist nicht so bequem, weil ich eine Badehose drunter habe. Es zwickt ein wenig im Schritt. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Pinguin, ne? Yo, guck mal, ich habe Happy Feet. Schlossen laufen zu müssen ist echt komisch. Du kannst gar nicht normal gehen, sondern es ist irgendwie ganz komisch, wirklich watschen. Jetzt müssen die Jungs noch lernen, wie man die Tauchausrüstung richtig benutzt. Das ist dein Hauptatmenregler. Aus dem atmest du ein und aus. Hä? Ja. Wie fühlt sich das an? Schwer. Okay, das ist noch gar nicht schwer, weil da hat noch kein Blei drin. Oh. Boah, ist das schwer. Das Equipment für den Tauchgang war echt megaschwer. Also das konnte man fast gar nicht tragen. Das war, man hatte 12 Kilo auf dem Rücken und dann noch 16 Kilo vorne. Wir haben jetzt hier ein paar Masken für euch. Die müsst ihr jetzt mal testen, ob die passen. Was, wenn die Scheibe von innen beschlägt? Die beschlägt nicht. Wir spucken da nämlich nachher rein. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wie vorher die Maske schon hat und da reingespuckt hat. Die meisten Körperflüssigkeiten sind jetzt nicht so lecker. Und Gott sei Dank auch nicht. Aber es wird ja danach wieder ausgewaschen und du musst dir damit ja auch nicht das Gesicht einreiben. Tauchlehrer Ralf gibt noch die letzten Hinweise, wie man sich als Taucher unter Wasser verhält. Alles, was da unten liegt, bleibt da. Tiere fassen wir nicht an. Genauso das Riff. Wir packen da nirgendwo ran, halten uns irgendwo fest oder so. Da sind versteckt manchmal Segel drin. Diese Riffkanten sind sehr scharf. Ihr könnt euch die Finger aufschneiden. Also, nichts anfassen. Schwebt einfach, genießt den Tauchgang. Wenn die Mädels euch fragen, okay. Dann gebt ihr auch das Zeichen, okay. Immer antworten. Das ist ein Fragezeichen. Und das ist auch ein Antwortzeichen. Das ist das wichtigste Zeichen beim Tauchen. Okay. Okay? Ja. Was? Nur noch schnell den Neoprenanzug anziehen. Schnell? So einfach ist das gar nicht. Den Neoprenanzug anzuziehen, das war total schwer, weil der so wirklich auch total hauteng ist. Das war wie so eine zweite dicke Walfischhaut. Also, war schon ein bisschen eigenartig. Hätte mir jemand eine Harpune in den Rücken geschossen, die hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt. Dann kann's endlich losgehen. Die Jungs und die Tauchlehrer besteigen das Boot. Wir haben so ein Auslaufflied. Das ist immer unser Ritual. Das immer, wenn wir auslaufen und einlaufen in den Hafen, dann machen wir das an. Dann werden die ja auch uns bemerken, wenn wir hier rein und raus kommen. Und das, das geht so. Die Musik war am Anfang ja sehr ruhig und dann plötzlich macht er es. Schmeckt genauso. Boah, Alter, ich brauche irgendwas zu trinken, ey, kotze gleich. Wie kann man aus so leckeren Früchten und so einem Dreck zusammenmischen? Die Marmelade hat uns eigentlich ziemlich lange ziemlich eklig geschmeckt. Also, es war bis zur Fertigstellung eigentlich die ganze Zeit eklig. Du willst das doch noch nicht erst noch teilen? Das ist Zitrone. Ja, reicht, reicht, reicht. Ich weiß nicht, wie süß das ist. Süß. Wenn wir kosten. Mal gucken, ob es überhaupt schmeckt. Schmeckt gut. Ja. Schmeckt jetzt wirklich gut. Ganz kurz vor der Fertigstellung haben wir dann irgendwie es doch noch so ein bisschen die Kurve gekratzt. Und dann war sie ja nicht ganz okay. Ganz akzeptabel. So schlecht ist sie auch gar nicht. Schmeckt ganz okay. Ich finde sie gut. Lass ein bisschen abkühlen und dann probieren wir nochmal. Schön den Kühlschall und dann mit einem schönen Brot. Abends in der Villa. Obwohl schon ein wirklich aufregender und langer Tag hinter ihnen liegt, toben sich die Jungs beim Karaoke singen aus. Am Level des Gesangs ist definitiv, also für mich Alex am besten und die geilste Stimme, aber er trifft die Töne leider nicht immer Charlie. Also ich denke schon, man braucht einfach mal seine paar Minuten, wo man einfach auch mal gekloppt sein kann und einfach mal total austicken kann, alles ausschalten kann. Natürlich macht das Spaß, wenn man einfach mal irgendwie sich komplett gehen lassen kann und einfach nur rumkreisen, rumschreien kann. Das ist schon lustig. Aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben in manchen Punkten. Also ich glaube, der beste Brüller ist fast Charlie. Also der kriegt es wirklich hin, in allen Stimmenlagen zu schreien. Alle sind aber abgegangen, das hat voll Spaß gemacht und einfach da ins Wicke im Endschrank reinzubrüllen. Das klingt einfach sowas von grau und voll, also das war echt schlimm. Es ist spät geworden in der Jungs-WG. Jonas und Charlie machen es sich in ihren Betten gemütlich, die anderen auf der Dachterrasse. Ja Mann, gut Nächsten. Wie fandet ihr heute den Tag? Das Trochen war so geil und danach war ich aber echt fertig und komplett zufrieden. Und es war, also es war schon ganz cool, die Taratour und so. Wo wart ihr denn überall? Ja, wir sind erst, erst ein bisschen an der Küste lang gefahren und dann ein bisschen ins Land das Innere. Und einfach so rumgedüstet und über die Hügel gejagt. Wir haben echt viel von der Insel gesehen, das war schön. Auf jeden, Alter. Morgen geht es zu Toni und seinem Neffen auf den Kutter. Yeah. Um 7 Uhr aufstehen. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber mal schlafen. Um 7 Uhr da sein, nicht aufstehen. Das ist das Scheiße, wir müssen ganz schön früh aufstehen. Vor 6 aufstehen. Nein Mann, jetzt Friede. Nacht. Nacht. Morgen geht's weiter. Die Jungs machen eine Tour auf einem richtigen Fischkutter. Doch nicht jeder ist zum Seemann geboren. Alter. Ist es schlecht, oder? Außerdem, die Jungs haben Mädchen eingeladen und ihnen eine kleine Überraschung vom Fischen mitgebracht. Unser Abendessen. Mehr über die Jungs unter ztftv.de. Die Jungs-WG, Montag bis Freitag um 15 Uhr im Kika. Hey, jetzt geht's los, wir rocken hier die Insel, Freiheit pur, komm mit sein dabei. Alles klar, Mallorca, wir sind da und die Sache brennt heiß und die Sache brennt heiß. Seit mehr als drei Wochen leben unsere Jungs ohne Eltern auf Mallorca. Nur noch fünf Tage bleiben der WG und die wollen sie möglichst gut nutzen. Johannes hat als einziger die Nacht auf der Dachterrasse verbracht. Johannes ist ein richtiger Morgenmuffel und deshalb muss man sich schon was einverlassen, dass man ihn ruhig weckt und so, dass er auch positiv in den Tag startet. Musik Ausgehen, ausgehen Ausgehen, ausgehen Ausgehen, ausgehen Ist er wach? Beim Wecken dachte ich, im Erfangen, ich verstehe. Da kann man in Früchten, ich weiß nicht, alles in Feigen. Sind die bitte dran? Daraus kann man bestimmt was machen, oder? Was soll man da was machen? Mit Marmelade. Marmelade, ja? Ja. Marmelade aus Feigen. Ja, es geht. Bestimmt. Es riecht schon so, es riecht irgendwie so wie Erdbeeren. Schon mal kurz verletzt und dann können wir mal gucken, ob man da irgendwie ein Rezept findet, okay? Also wenn man was selber macht, finde ich es eigentlich sowieso immer cool. Weil man hat was Eigenes erschaffen, man hat was, worauf man stolz sein kann, wenn es gut ist. Okay, das hier ist, glaube ich, was? Das lädt gerade noch. Jetzt. 500 Gramm Feigen. Okay, wir sollen die einfach, ja, wir sollen die Feigen einfach mit Gelierzucker so stampfen, in den Kochtopf und fertig so ungefähr. Wow, passt schon. Wow, sieht das hier geil aus. Hast du das geiles Plätzchen gefunden, ne? Das ist ein geiler Blick. Ich wollte gerne mal eine Fahrradtour machen, weil man kann halt echt mal Ecken von der Insel sehen, die man sonst noch nicht so gesehen hat. Und man kriegt halt viel mit, wie die Insel wirklich so aussieht. Eigentlich denkt man ja immer, wenn man Mallorca hört, irgendwie gleich sofort nur Ballermann und so, aber es ist so viel mehr. Ja, die Klippe an sich ist geil, ne, mit den Grünflächen da vorne nochmal so schief runter. Ja, aber schau, ne, jetzt ist eigentlich alles hier so richtig geil, dann schauen wir da runter. Richtig angesammelt, siehst du das? Oh ja, ich seh's. Müll, 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 da liegt die Dose, die Meere werden so vermüllt, ja, das ist das Kranke. Ich denke, für den Umweltschutz geht richtig schon ganz viel, wenn man einfach seinen Plastikmüll und halt einfach Sachen nicht einfach in die Natur wirft. Wenn jeder sagt, ich als Einzelner kann nichts bewirken, dann klappt das Ganze nicht. Wenn man sagt, okay, ich als Einzelner will immer einen Teil dazu tun und egal was die anderen tun, ich werde es machen und werde mir zum Schluss sagen können, ich hab's versucht. Hast du alle? Ich hab alle. Wie kriegen wir die jetzt zum nächsten Mülleimer? Ich tue sie mir einfach in die Taschen. Scheiß, Umweltverschmutzer. Sollen wir weiterfahren? Ja, das ist zumindest ein Mülleimer. Die Jungs in der Villa haben massenhaft Feigen für die Marmelade gesammelt. Nun fehlt aber leider der Zucker. Jungs, ey, wir haben jetzt Feigen fürs Dreifache, ne? Wir haben aber nur 500 Gramm Jelissucker. Hau einfach alles an. Ja, aber dann haben wir ja viel zu viel Feigen. Wir haben die Hälfte weniger Zucker drin. Tja, das passt schon. Das passt schon. Das ist sicher, dass da alles rein muss. Ja, das sind schon 500 Gramm. Die brauchen 750. Wollen wir ein bisschen Saft reinmachen, weil das ist doch so trocken. Ja. Hier, ich mach ein bisschen Ananas-Saft rein. Ja, das sieht auch schon besser aus. Das Selbstgemachte kann besser schmecken, als das Gekaufte. Aber ich denke, wenn drei Jungs das machen, kann es auch passieren, dass das Gekaufte besser ist. Probieren wir mal, ob die schmeckt. Nein. Ich hab ein Spunk. Schmeckt ganzig. Ich schmeck übelst fad. Das ist auch nicht lecker. Das ist total. Schmeckt ganzig. Alex und Johannes kreuzen bei ihrer Fahrradtour Windmühlen und jede Menge Felder. Dabei machen sie eine Entdeckung. Du siehst ja echt überall nur diese ganzen Steinmauern. Echt egal, wo du hinguckst, die sind echt an jeder Straße komplett um jedes Feld rum. Die fahren echt einfach überall auf dem kompletten Weg. Egal, wo man hinguckt außerhalb der Stadt, geht's los mit diesen Mauern. Die sind überall, sie sind wirklich überall. Felder an Felder, um Wege, alles überall. Guck mal, wie die gearbeitet sind. Stapeln mal diese ganzen Steine so puzzelmäßig. Vor allem so exakt. Zehntausende Steine, keine Ahnung. Um ein Feld rum sind da bestimmt schon. Ja, mehr. Zehntausende. Mehr. In Sachen Feigenmarmelade ist Improvisation angesagt. Zutaten werden wild zusammengewischt. Was machen wir das hier? Gummibärchen. Für den Geschmack. Wie geil. Schlechter kann es ja nicht schmecken. Nö. Ich schmecke jetzt schon eklig. Gummibärchen gehört eigentlich überhaupt nicht in der Marmelade. Aber uns fehlt Gelantinzucker. Und dann dachten wir uns, äh, Gummibärchen ist Gelantine. Die schmecken lecker. Dann machen wir die einfach mit rein. Jetzt probiere ich nochmal. Gummibärchen. Gummibärchen ist Gelantinzucker. Schmeckt besser? Hey, jetzt geht's los. Wir rocken. Hier die Insel. Freiheit pur. Komm, wenn's dann da rein. Alles klar, Mallorca, wir sind da. Und die Sonne brennt heiß. Und die Sonne brennt ein. Ja, jetzt geht's los. Schluss ist schon das Leben. Brennt sie los und niemals allein Wir sind dann Mallorca, es fängt ab Und die Sonne brennt heiß Und die Sonne brennt heiß Seit mehr als drei Wochen leben unsere Jungs ohne Eltern auf Mallorca Nur noch fünf Tage bleiben der WG und die wollen sie möglichst gut nutzen Johannes hat als einziger die Nacht auf der Dachterrasse verbracht Johannes ist ein richtiger Morgenmuffel Und deshalb muss man sich schon was einverlassen, dass man ihn ruhig weckt Und so, dass er auch positiv in den Tag startet Ausgehen, ausgehen Ist er wach? Beim Wecken dachte ich am Anfang, ich hab mir Stimmen gehört Ey Jungs, verpisst euch einfach Und dann bei der Gitarre, ich fand's irgendwie, ja, nette Aktionen Bist du wach genug, Johannes? Nachher bin ich nicht, aber Schiffst du jetzt auf? Eine schöne Rekaktion Ich versuch's Das sollte Rührei machen und nicht Kornflakes Da jetzt beginnt die letzte Woche und nochmal richtig frühstücken, denke ich Aber scheiß, unser Eis Danny und Alex haben gestern eigenes Eis aus Früchten und Milch gemacht Anschließend hatten sie die Eiscreme im Kühlschrank kaltgestellt Und dann vergessen Das sieht doch richtig gut aus Schmecken tut's wirklich gut Oh, das schmeckt echt geil Dann müssen wir das jetzt irgendwann essen Wir haben ja richtig gut gemacht Ja Habt ihr wirklich gut gemacht, ja Man muss ja zum Frühstück schon etwas Nachtisch essen oder so Das können wir machen Aber was ist auch eigentlich Wenn wir anstatt Ruhe eiflich Pfannkuchen machen Das wär' gar nicht schön Das wär' total geil Das wär' total geil Ich hätte auch Bock auf Fischstäbchen Zum Frühstück Gibt's No-Go, was das Frühstück angeht No-Go ist, glaub ich, irgendwie so Für mich Kartoffeln mit ein Stück Fleisch Kartoffeln hast ich sowieso Wie gut nur, dass es heute Pfannkuchen gibt Auch die richtige Wendetechnik will gelernt sein Soll ich dir das kurz zeigen? Ja, zeig mir mal So, warte Warte, warte, warte Ist jetzt so? Ja Und dann musst du ganz schnell schwimmen nach vorne Ich flieg dir so rum Und dann musst du nur noch fahren Also Meinst du's klappst du zwecklich? Ich mach's mal Super! Klasse! Ich mach' gleich noch eins Jetzt hab' mich der Ehrgeiz gepackt Hey! Nein! Das ist danach zu hektisch gemacht Danach zu hektisch Das ist eigentlich ganz leicht Man muss bloß den Dreh raus haben Und nach drei, vier zerfallenen Eierkuchen klappt's dann irgendwie Die Mühe hat sich gelohnt Statt Cornflakes und Rührei gibt es heute mal was anderes Leckeres zum Frühstück Guten Appetit! Guten Appetit! Danke, dass ihr die gemacht habt Das ist echt lecker Schau's Schmeckt auch so Boah, ist das lecker Also mit einem leckeren Frühstück im Magen ist man immer besser gelaunt Weil man das Frühstück genau genießen konnte Diese Kombination von Pfandkuchen und Eis, das war so der Hammer Das schmeckt so brutal geil Das war das geilste Frühstück Das Frühstück ist alles überboten Wie jede Woche gibt es Haushaltsgeld Die Jungs bekommen 500 Euro Das Geld muss für die ganze Woche und alle Ausgaben reichen Jungs, ihr kriegt von mir noch alle 20 Euro Haben wir so viel gespart? Sehr geil! Geil! Denny, der ist unser Monopoly-Männchen Der hat die Haushaltskasse sehr gut verwaltet Der hat alles im Blick gehabt Und jetzt haben wir ganz einfach noch Geld über Ja, also die Geldeinteilung haben wir dieses Mal wieder gleich gelassen Wie die letzten drei Wochen Weil jetzt Ava total gut gelaufen ist Wir geben 50 Euro für seinen eigenen Bedarf Und 52 Euro behalten wir für die Haushaltskasse Liebe Jungs, wie gehen? Hier euer wöchentliches Geld Hey! Und dann, die müssen sich wirklich ab Und das war schon extrem lustig, wie er dann da an seinem Lenkrad abgegangen ist Da hat man sich schon so ein bisschen erschreckt Wie er so die ganze Zeit so Weil man ihn dann am Anfang gar nicht so eingeschätzt hat Aber Weiß macht richtig Stimmung Und das ist ein ziemlich lustiger Kerl In einer kleinen Bucht geht das Boot vor Anker Hier werden unsere fünf zum ersten Mal unter Wasser gehen Die Tauchlehrerinnen verlassen das Boot zuerst Jetzt nehmt eure Maske und spuckt da mal kräftig rein Du musst sie nachher aufhaben Wenn ihr keine Spucker habt, sagt ihr mir Bescheid Dann mach ich das Wascht das mit Wasser aus Nehmt euch ein bisschen Wasser mit Gleich in der Maske und macht euer Gesicht nass Ich freu mich jetzt total ins Wasser zu gehen Ich schwitze jetzt wie sauber Es ist richtig heißes Ich bin gespannt, was uns da unten erwartet Ja, also vor dem ersten Hauchgang ist jetzt so ein bisschen Vorwegiges Gefühl Und ganz komisch Weil ich kann mich fast jetzt drüffelweit reingefüllen Nur noch durch den Mund zu atmen Kann losgehen Hegel an den Mund festhalten Die Maske auf Und Beide über Kreuz So, jetzt einmal da hinten fallen lassen Los 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 Rückwärts vom Boot sich reinfallen zu lassen Das ist so ein richtiger Taucher Das ist echt ein geiles Gefühl Man hat so Einfach so Man gibt's so einen Ruck Dann kommt so ein kurzer Antrimalienstoß Und dann bist du plötzlich im Wasser Und dann das erste Gefühl im Wasser zu sein war Erleichterung Weil man hat halt irgendwie nicht mehr das ganze Gewicht aufzusitzen Und man trieb schon oben Und es war schon super cool Man wollte jetzt eigentlich nur noch tauchen Und dann geht es auch ganz langsam nach unten Jeder der Jungs hat immer eine Tauchlehrerin in seiner Nähe Damit nichts passieren kann Das erste Gefühl im Wasser zu sein war Mein Gott, ich spüre diese Sachen alle gar nicht mehr Zuerst habe ich auf meinen Rücken geguckt Ob ich die Flasche auch wirklich noch drauf habe Ich hätte gedacht, dass das Atmen unter Wasser viel schwerer ist Aber man atmet halt einfach ganz normal durch den Mund Und es ist eigentlich total leicht Nur es ist irgendwie komisch Dass dann die ganzen Blubberblasen dann, wenn man ausatmet, an einem vorbeigehen Du gehst da runter Und nach einem Minuten vergisst du das oben noch eine andere Welt Man geht wirklich vor der Realität auf Tauchstation Wenn du unter Wasser bist, dann hast du so einen richtig smoothen Schwebezustand Der ist echt traumhaft Du musst nur zweimal mit den Füßen bewegen und bist gleich Du bewegst dich gleich drei, vier Meter total weit Du kannst in die Höhe, Tiefe, rechts, links, in die Weite, nach hinten Einfach schwimmen Und dann noch dieser wahnsinnige Ausblick Die Sachen, die man noch nie vorher so gesehen hat Überall waren ohne Ende Fische Und man konnte durch die Fischwärme durchschwimmen Tausende von Seegeln Ganz viele Seesterne Feuerrot, Orange Drei Meter über dir ist das Wasser Schaust nach unten Da ist die Krass und Fische schwimmen dich herum Du machst einfach nichts Das ist richtig geil Die Jungs probieren neugierig aus, was unter Wasser möglich ist Oder eben auch nicht Natürlich nur da, wo sie keinen Schaden anrichten können Als sie da so saßen, haben wir uns den Stein genommen Und dann haben wir versucht, den zu werfen Und du wirfst ihn wirklich mit aller Kraft da im Wasser Und deine Hand wird natürlich drückt er langsam Und dann wirfst ihn und der Stein Dann bin ich halt mit Tobi, dem Tauchlehrer Haben wir uns halt ins Seegras gelegt Haben die ganze Zeit nur Faxen gemacht Wir haben halt den Sauerstoffloch rausgenommen Irgendwelche Fratzen gezogen Wir haben hier reingetan Wir haben uns ein rostiges Messer in den Mund gesteckt Und seit noch Pirat gemacht Nach knapp einer Stunde geht die Luft in den Flaschen zu Ende Und die Jungs müssen wieder auftauchen Voll geil, Mann Das war so spaßig Das ist geil Also es war richtig geil Weil es ist einfach so So schönes Feeling einfach so durch das Meer zu schweben sozusagen Und alles sich angucken zu können Einfach frei atmen zu können Dass man gar nicht gemerkt hat, dass man hinter Wasser war Schon gleich als es runter ging Wo man sich das erste Mal umgeguckt hat War gleich so Boah, sieht das hier geil aus Das war so unglaublich cool da unten Also eigentlich bisher die coolste Aktion Zurück in der Villa haben Johannes und Alex immer noch nicht genug Sportprogramm für heute Sie machen eine kleine Fahrradtour über die Insel Im Garten überlegen die anderen, was mit dem leeren Gehege passieren soll Sie hatten es für eine kranke Katze gebaut, die ihnen dann aber wieder weggelaufen ist Ich glaube, ihr könnt es abbauen Das ist auch nicht so eine gute Konstruktion Hier ist nur Müll drin, Alter Hier Wo ist eine Fischung